Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Der Spiegel fragt. Schön, dass Sie dabei sind. Eine der ganz großen Fragen wollen wir heute debattieren. Wie groß ist Deutschlands Rassismusproblem? Ganz allgemein, sprich, wie rassistisch sind Sie und ich, ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht. Und ganz speziell wird die Frage lauten, wie rassistisch ist die deutsche Polizei? Wir wollen reden auch über eine Taz-Kolumne, die für viel Wirbel sorgte, weil Polizisten darin mit Müll und Abfall verglichen wurden und gegen die Horst Seehofer vor Gericht ursprünglich klagen wollte. Und natürlich geht es auch um die Eskalation der Gewalt in Stuttgart am vergangenen Wochenende. Das alles möchte ich heute besprechen mit einer Frau, die all die Pegida-Männchen und noch viel rechtere Zeitgenossen so zuverlässig auf die Plastikpalme ihrer Kleingartenanlage bringt wie kaum eine zweite. Sie kennt viele dieser Probleme aus ihrem eigenen Alltag und hat sich auch früher nie auf die Zunge gebissen, wenn es um Diskriminierung und Migratenfeindlichkeit ging. Sie ist die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin in der Berliner Senatskanzlei. Herzlich willkommen, Sosan Schäpli. Hi, grüß Sie. Frau Schäpli, Sie merken es schon an meiner Anmoderation. Es ist eine ziemlich komplexe, aber auch ziemlich neue Gemengelage, gerade in Deutschland mit Fragen, die es früher so nicht gab oder zumindest so nicht gestellt wurden, was ja oftmals nicht das Gleiche ist. Was ist Ihre Gesamtschau? Was passiert da gerade in unserem Land? Na, das Phänomen Rassismus ist kein neues. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in den letzten Jahren keinen Rassismus haben und auf einmal ist er da von heute auf morgen entstanden. Was wir erleben ist, dass zum ersten Mal bewusst in Deutschland über Rassismus diskutiert wird. Ich würde sagen, seit dem Mord an Walter Lübcke benutzen auch Politiker das Wort Rassismus. Wir haben uns sehr lange sehr schwer getan damit, auch vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte. Wir haben eher von Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit. Sie haben gerade Migrantenfeindlichkeit gesprochen, das kannte ich noch gar nicht. Aber jetzt reden wir offen über ein Problem, was wir in Deutschland haben. Ich würde sagen, auch ein ekliges Problem alltäglicher Rassismus, den viele Menschen erleben. Schwarze Communities, POCs, Migranten, Muslime, bei den Juden nennen wir es eher Antisemitismus. Und das ist etwas, was wir auch vorher hatten. Ich sage nur NSU-Morde, wo wir ja auch nicht von Rassismus gesprochen haben. Und seit dem Mord an Walter Lübcke ist hier ein Umdenken passiert, ein Weckruf in der Gesellschaft und auch in der Politik. Wir reden darüber, wir sagen ganz klar, wir haben ein Rassismusproblem in Deutschland. Wie groß ist das? Ich weiß, es gibt da keine Skala für, aber ist das etwas, wie es manche Leute gerne sehen würden? Ja, der eine oder andere bei uns ist rassistisch, aber das ist ja kein grundsätzliches Problem. Oder sagen Sie ganz klar, das ist ein grundsätzliches Problem und es ist sehr, sehr ernst? Ich würde schon sagen, das ist ein grundsätzliches Problem, weil wenn Sie mit Schwarzen zum Beispiel sprechen oder mit den Betroffenengruppierungen, die sagen, es vergeht teilweise kein Tag ohne Rassismus in ihrem Leben. Das muss gar nicht radikal sein, das muss ja nicht gleich, also manchmal ist das ja viel unterschwelliger, was man erlebt, schräg angeguckt zu werden oder ja, bei euch Schwarzen ist das ja so, das oder was zum Beispiel ich ganz häufig erlebe, ja, sie sind ja gewohnt, dass es so heiß ist. In ihrem Land ist es doch ständig heiß. Ich bin in Deutschland geworden, ich habe überhaupt keinen Bezug und das sind so, das würden sie ja nicht so automatisch als Rassismus definieren, aber den Leuten ist auch gar nicht bewusst ganz häufig, dass es rassistisch sind. Aber ich würde sagen, wir haben schon ein Problem mit alltäglichem Rassismus, der problematisch ist für viele, der sich auswirkt auf ihr Leben, zum Beispiel bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche, in vielen Bereichen ihres Lebens reingreift und das ist dann auch echt kein Spaß mehr. Und du musst dann damit umgehen, im Prinzip überträgt sich das dann auf die Kinder und die nächsten Generationen und das macht was mit einem Land. Wo erleben Sie in Ihrem Alltag Rassismus und in welcher Form? Seit ich Staatssekretärin bin oder vielleicht auch als ich schon Sprecherin bei Steinmeier war, als ich im Auswärtigen Amt als Außenminister war, ich sage, je sichtbarer ich wurde, desto offener habe ich Rassismus erlebt. Also bei mir vermischt sich das aber auch mit antimuslimischem Rassismus, weil ich ja Muslima bin und mit ganz vielen verschiedenen Phänomenen, Rassismus, Sexismus, antimuslimischem Rassismus. Was kommt denn alles zusammen, wenn mir gesagt wird, ja, eigentlich ist es nicht gut, wenn man die Beispiele gibt, ehrlich gesagt. Aber die Zuschriften, die ich bekomme, sind so ekelhaft, dass ich ja auch immer wieder Strafanzeige stellen muss und manches ja auch gewinne. Wo würden Sie denn sagen, kann ich als weißer Mann, der sich was Diskriminierung von Minderheiten betrifft, für durchaus sensibel selbst hält? Ja, das ist nur ein Urteil über mich selbst. Wie objektiv das ist, müssen dann andere sagen. Wo kann ich da quasi gar keine objektive Sicht haben, wenn es um Rassismus geht, weil ich nun mal nicht betroffen bin? Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, Weiße können gar nicht so klar über Rassismus sprechen. Das können eigentlich nur Betroffene. Sie haben vielleicht eine ganz andere Sicht drauf und sie bringen ganz andere Einblicke in die ganze Debatte. Ich finde es total wichtig, dass wir hier, und das erleben wir zum ersten Mal, dass wir Allianzen bilden. Also bisher war das so, Rassismus, das ist nur eine Sache, die Schwarze angeht oder Migranten oder die Betroffenen. Und zum ersten Mal gehen auch nicht nur Linke auf die Straße, sondern es gehen, die ganze Gesellschaft geht auf die Straße, weil sie merkt, hey, das geht uns alle an. Und das, was da erodiert, ist etwas, was auch in meinem Leben eine Rolle spielt. Und ich finde das total wichtig. Ich sage, ich habe immer gesagt, wenn wir eine Chance haben wollen, Rassismus zu bekämpfen, dann geht das nur, wenn wir Allianzen bilden. Weiße, Schwarze, POCs mit der Schwulen- und Lesben-Community und viele, viele mehr, wenn wir da gemeinsam an einen Strang ziehen und die Zivilgesellschaft irgendwie da auch mitmacht und erkennt, hey, das reicht nicht, wenn Frau Schäbi jetzt den Rassismus bekämpft oder der Schwarze und sie das Sprachrohr ist, sondern ich finde es total, ich fände auch zum Beispiel okay, wenn ein weißer Mann oder eine weiße Frau Rassismus beauftragte würde. Ich finde es, es gibt da total, es ist total umstritten in meiner Community oder in der Peer- Das sehen viele dort anders. Das sehen viele total anders, ich weiß das. Aber ich finde, ich habe noch kein so überzeugendes Argument zu sagen, natürlich habe ich eine andere Sensibilität, ich blicke an das, ich bin betroffen. Sie werden niemals nachempfinden, was ich empfinde, wenn ich Rassismus erlebe oder wenn Schwarze Rassismus erleben. Aber trotzdem können sie empathisch sein und trotzdem können sie strukturellen Rassismus bekämpfen. Und wie gesagt, es geht auch nur über Allianzen. Wir haben eine interessante Frage bekommen von unserem Zuschauer Andreas Goldbrunner, der wissen möchte, wie behält man den Glauben an den Rechtsstaat, Frau Schäbi, wenn ein Tim Kellner wegen der Beleidigung freigesprochen wird. Also Tim Kellner ist ein Mann, der sie übel rassistisch beleidigt hat auf YouTube-Videos und dafür neulich freigesprochen wurde. Und dieser auch noch auf widerliche Art und Weise damit herumprahlt. Also die Frage an Sie, wie behält man da den Glauben an den Rechtsstaat? In dem Moment habe ich ja, als Dennis Urteil gesprochen wurde, habe ich ja auch gesagt, das ist ein Armutszeugnis für den Rechtsstaat. Weil das natürlich die Leute triggert, die der Meinung sind, wir können ja eh alles sagen und der Rechtsstaat geht denen nicht nach. Das ist wirklich gefährlich. Es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht um ganz viele, die da betroffen sind und sich an die Gerichte wenden, Anzeigen erstatten. Und die meisten Anzeigen, auch bei mir vielleicht 95 Prozent, gewinne ich ja nicht. Sondern dann heißt es, der Täter ist nicht ermittelbar. Und dann bei Tim Kellner war das auch noch so, dass ich einen, finde ich, sehr klaren Fall verloren habe. Also ja, ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir den Glauben an den Rechtsstaat nicht verlieren. Weil ich glaube, in Deutschland haben wir schon einen starken Rechtsstaat. Also wenn ich so anschaue, was sonst auf der Welt passiert, wenn ich mir die Region anschaue, woher meine Eltern kommen, ja, nah mittlerer Osten, das ist hochproblematisch. Da haben wir null Rechtsstaat. Da ist, wenn ich auf der Straße bin, da weiß ich nicht, ob ich im nächsten Moment im Gefängnis sitze. Das ist schon etwas, was ich super wertschätze in Deutschland. Und gleichzeitig sage ich, wir haben ein Problem. Und das muss man halt gemeinsam angehen, ohne den Glauben daran zu verlieren und auch nicht zu sagen, ja, alles schönzureden. Also immer, ich stelle trotzdem Anzeigen. Scheißegal, ob ich jetzt 95 Prozent irgendwie verliere oder nicht. Jetzt habe ich letztens vor einer Woche gewonnen. Also es zeigt irgendwie, es lohnt sich, der Weg, den man da geht. Und dann auch die richtigen Maßnahmen zu treffen. Zum Beispiel bei der Justiz, dass wir sagen, nicht den Glauben an den Rechtsstaat verlieren, sondern wie investieren wir in die Justiz so, dass wir die Staatsanwälte sensibilisieren dafür, was Rassismus ist. Dass wir Fortbildungsprogramme machen und so weiter. Also dass die Politik da reagiert und sagt, das kann einfach nicht so weitergehen, dass man Juristen nicht up to date hat, was die ganze Hasskriminalität angeht zum Beispiel. Wie viele Anzeigen stellen Sie denn da so an einem gewöhnlichen Wochentag oder pro Woche? Oder wie viele laufen aktuell? Ich habe, ich führe da keine Statistik. Das gibt so Hochphasen. Also je nachdem, was ich gerade gesagt habe, dann kommt, dann können mal 10, 20 Mails reinkommen, und die alle so sind, dass man sie anzeigen könnte. Ich führe keine Statistik. Also es ist unterschiedlich. Zum Beispiel war das jetzt, nach Corona-Zeiten war das so, ich hatte gemerkt, am Anfang ging das total runter, weil die Leute ja so fokussiert waren darauf, irgendwie ihr Leben umzustellen. Und dann hatte ich auch keine Morddrohungen oder so. Und dann aber, als es wieder anfing mit diesem ganzen Hetzen gegen Minderheiten und Verschwörungstheorien, da ist es bei mir wieder steil nach oben gegangen, da gingen dann schon wieder die ersten Morddrohungen ein. Also es ist ein Up and Down. Glauben Sie denn tatsächlich, dass man Rassistinnen und Rassisten, um es mal politisch korrekt zu sagen, mit Gerichtsurteilen überhaupt abschrecken kann? Oder ist es dann irgendwann auch zu einem sportlichen Ehrgeiz von Ihnen geworden? Nee, ich glaube schon, dass man sie abschrecken kann. Ich habe zum Beispiel ganz oft Direktionen bekommen, wenn ich gewonnen habe, Leute, dass die gesagt haben, es tut mir total leid im Nachhinein, weil die auch blechen müssen. Also die haben ja nicht immer Geld, ja? Und das heißt ja, wenn sie zur Rechenschaft gezogen werden, heißt das ja nicht, das hat ja Konsequenzen. Auch für den Arbeitgeber und für den Job und so weiter, gerade wenn es öffentlich wird. Also du bist ja dann eine Person, die nicht mehr im Hintergrund agiert, sondern eine öffentliche Person. Das hat Auswirkungen auf Familie, auf Job. Du musst Geld zahlen. Zwei Mal mindestens haben mir dann die Leute gesagt, wenn sie es rückgängig machen könnten, würden sie es rückgängig machen. Und die haben unreflektiert reagiert. Also es lohnt sich. Eine weitere Zuschrift eines Zuschauers, er nennt sich The Great Milenko, warum auch immer. Auf Twitter fragt er oder bemerkt er in Bezug auf sie, rund 30 Anzeigen pro Woche, über 1500 Anzeigen pro Jahr, schreibt er so, keine Ahnung, ob das stimmt, gegen Hass im Netz. Nur ein marginaler Anteil davon ist erfolgreich vor Gericht. Wer vom Staat bezahlt wird, damit meint er Sie, die eigenen Bürger am laufenden Band zu verklagen, ist Teil des Problems und niemals der Lösung. Nicht meine Ansicht, sondern von The Great Milenko. Was entgegnen Sie ihm? Ja, das höre ich natürlich permanent. Auch die AfD spielt damit und stellt auch permanent Klein- und Anfragen, wie viele Anzeigen ich denn stellen würde und wer die Kosten übernimmt. Also da ich meinen Twitter-Account privat mache, laufen die Anzeigen dann auch privat. Das, was als Staatssekretärin dann einfließt, in meinen Account als Staatssekretärin, das gebe ich dann an das LKA. Ich meine, dieser Typ hat leicht reden. Ich habe inzwischen Polizeischutz. Ich glaube, inzwischen ist die Bedrohungslage so groß, dass ich nicht mehr frei sein kann. Und wenn die meinen, dass die Reaktion daraus ist, dass man keine Anzeigen stellt, dann haben wir kapituliert vor diesen Rassistinnen und Rassisten. Es ist total wichtig. Und ich kann echt nur jeden ermuntern, das zu machen. Das, was die mir vorwerfen, würden sie ja niemanden anders vorwerfen. Immer dieses, sie lebt auf Steuerkosten. Das ist auch, das ist klassisch rassistisches Phänomen. Weil ich ja natürlich als Nicht-Bio-Deutsche nicht das Recht habe, vom Staat sozusagen als Staatssekretärin bezahlt zu werden. Und ja, das ist Teil des ganzen rassistischen Diskurses. Wie kommen Sie denn rein praktisch mit dem Umstand klar, dass Sie Polizeischutz haben müssen? Ist das praktisch mehr das Hindernis oder mehr psychologisch eine Belastung, dass es überhaupt so weit gekommen ist? Und ich finde, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich beschützt werde, was gut ist. Und ich finde auch gut, dass die Politik reagiert hat, was so Kommunalpolitiker angeht, die auch massivsten Bedrohungen ausgesetzt sind. Wir haben da ja die Gesetzeslage geändert. Ehrlich gesagt macht man sich eher den Kopf um die Familie. Also ich selbst gehe da relativ entspannt mit um. Das gehört dazu jetzt irgendwie. Mir ist das eher unangenehm. Aber ich denke dann im zweiten Moment immer, dass die Familie im Hintergrund, das ist ja auch das, warum Kommunalpolitiker sagen, ich könnte es machen, aber wegen meiner Familie ziehe ich den Kürzeren und ziehe mich aus der Politik zurück. Aber das dürfen wir eben nicht. Ich könnte ja jetzt auch sagen, deswegen kämpfen wir nicht mehr dagegen und mache dann auch solche Interviews nicht, weil ich weiß jetzt, danach kommt natürlich wieder ein Sturm. Aber keine Option. Sonst können wir alle einpacken. Frau Cibli, für all die, die noch nicht alles über Sie wissen, wollen wir mal ganz kurz gemeinsam Ihren Lebenslauf, die wichtigsten Stationen durchgehen. Wirklich interessante Biografie. Nur kleiner Hinweis, wir haben zwei, drei Fehlerchen eingebaut. Deshalb hören Sie genau zu, wenn ich vortrage. Und wenn Sie diese Fehler erkannt haben, stoppen Sie mich bitte sofort. Es geht los mit dem Umstand, dass Sie am 26. Juli 1978 in Berlin geboren wurden, als zwölftes von 13 Kindern. Die palästinensische Familie war 1970 aus einem Flüchtlingslager im Libanon als Asylsuchende nach Deutschland gekommen. Cibli wächst in ärmlichen Verhältnissen in Moabit auf. Ihre Eltern sprechen kein Deutsch und sind Analphabeten. Über ihre Kindheit twitterte sie, die 13 Geschwister hätten in zwei Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen und gegessen und monatelang auf Buntstifte gewartet. Cibli ist, bis sie 15 ist, startenlos. Die Familie ist auf deutschem Boden bis dahin nur geduldet. 1993 wird sie eingebürgert. Ihr 2018 verstorbener ältester Bruder ist Cibli's großes Vorbild. Die Schaft ist trotzdem aufs Gymnasium, bleibt in der achten Klasse sitzen, wechselt die Schule und macht schließlich 1999 ihr Abitur an der Neuköllner Rütli-Schule. Das ist falsch. Sondern? Ich habe mein Abitur am Nessen-Gymnasium gemacht. Sehr gut aufgepasst. Dann studiert sie an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen. 2004 schließt sie als Diplom-Politologin ab. 2014 holt Frank-Walter Steinmeier sie als stellvertretende Sprecherin ins Außenministerium als erste Muslima und Migrantin. In ihrer neuen Rolle wirkt Cibli zeitweise gereizt. Am 13. Juli 2016 bezeichnet sie eine Frage des Journalisten Thilo Jung in der Bundespressekonferenz als unsachlich. Jung hatte gefragt, für welche Fluchtursachen die Bundesregierung verantwortlich sei. Vielleicht habe ich unsachlich gesagt. Nein, sie waren noch ein bisschen deutlicher. Fast unverschämt, meinten sie. Wurde auch schon prominent im Netz wie fast alles von ihnen irgendwann prominent im Netz wird. 2016 wechselte sie in die Berliner Landespolitik, wird Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerliches Engagement und Internationales in der Senatskanzlei. Ein Foto aus dem Jahr 2014 bringt die SPD-Staatssekretärin zusätzlichen Ärger ein. Sie trägt darauf ein Armbanduhr der Edelmarke Cartier. Halt. Rolex. Es war eine Rolex, richtig. Sind Sie gut aus dieser Kontroverse hervorgekommen, nach eigenen Empfinden? Ja, total. Ich habe das gar nicht als Shitstorm empfunden. Nein? Ich fand die Diskussion gut und man hat gesehen, wie krank das alles hier ist teilweise. Wie geht es der Rolex heute? Ähm, ich trage sie kaum. Immer wieder wird Schäpli Opfer sexistischer Ausfälle. 2017 erkennt sie der Gastgeber einer Diskussion nicht und sagt vom Podium aus, die Staatssekretärin ist nicht da. Ich würde sagen, wir fangen mit den Reden dennoch an. Schäpli antwortet ihm aus der ersten Reihe, die Staatssekretärin ist da und sitzt vor ihnen. Er antwortet, ich habe keine so junge Frau erwartet und dann sind sie auch noch so schön. Ein Jahr später twittert ein österreichischer Politiker von der ÖVP auf die Frage, wieso Schäpli es so weit gebracht habe. Schau dir ihre Augen an, vielleicht findest du da eine Antwort. Er meinte, die Knie. Er meinte, die Knie. Augen waren falsch. Schäpli ist ein absoluter Kommunikationsprofi. ihren mehr als 70.000 Follower auf Twitter, nutzt sie unter anderem, um gegen Rassismus und Sexismus zu kämpfen, aber explizit auch gegen Antisemitismus, unter anderem nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Soweit alles in Ordnung? Ja. Alle Fehler erkannt. Wunderbar. Wir haben anfangs allgemein darüber gesprochen, ob Deutschland ein Rassismusproblem hat. Nach dem Mord, man kann es nicht anders bezeichnen, von weißen Polizisten in den USA, am schwarzen George Floyd, ist die Debatte und die Frage, ob auch in der deutschen Polizei rassistische Tendenzen vorherrschen oder sogar Rassismus latent vorhanden ist, wie es ihre Parteivorsitzende Saskia Ehsten gesagt hat, ist diese Frage breit diskutiert worden. Was ist ihre persönliche Meinung? Gibt es ein Rassismusproblem in der deutschen Polizei? Ich finde, es ist auch hier wieder so symptomatisch, wie wir diskutieren. Ich meine, wenn Sie sehen, was die Länder, Innensenatoren und Innenminister machen, seit geraumer Zeit, Maßnahmen entwickeln zur Rassismusbekämpfung innerhalb der Polizei, Fortbildung, Weiterbildung, Polizeibeauftragte zur Erkennung von rassistischen Denkmustern, dann erübrigt sich irgendwie die Frage, ob wir ein Rassismusproblem in der Polizei haben oder nicht. Klar. Weil es das alles nicht gäbe sonst. Ja, sonst gäbe es doch nicht diese ganzen Maßnahmen. Sonst würde es keine Expertenkommission geben, die die Bundesregierung da einberuft, um über strukturellen Rassismus zu sprechen, Institutionen. Natürlich ist die Polizei nicht gefeilt von Rassismus. Und natürlich gibt es Rassisten. Und wenn Sie Schwarze und Migranten und die Gruppe der Betroffenen fragen, dann wird Ihnen fast jedermann von Racial Profiling berichten können. Sei es, wenn er mit dem Auto unterwegs ist und dann rausgezogen wird, wahllos, weil er zu einer bestimmten Gruppe gehört oder wenn man auf Reisen ist, am Flughafen von der Bundespolizei angehalten wird und so weiter. Also klassisch Rassismus. Haben Sie persönlich auch diese Erfahrungen gemacht? Ich sage jetzt mal, in der Zeit vor Dienst waren Sie persönlich oder Ihre Brüder in der Familie? Ständig, ständig. Also dieses gerade mit dem Auto unterwegs sein und auf einmal rausgezogen zu werden und dann sagst du, warum ich jetzt? Ja, ich bin weder schnell gefahren, noch habe ich mich sonst verkehrswidrig verhalten. Wieso werde ich denn jetzt rausgezogen? Oder wieso wird mein Pass dreimal so lange gecheckt und der von meiner Freundin, die mit mir reist, irgendwie nur einmal überflogen und dann ist gut? Also da gibt es dieses Phänomen des Racial Profiling. Und natürlich gab es in der Vergangenheit auch hier Polizeigewalt, die wir nicht unterschätzen dürfen. Die NSU-Morde wurden dann als dünner Morde nur gesehen. Und ich glaube, es gibt bei den Sicherheitsbehörden insgesamt, so wie es in anderen Bereichen auch das gibt, Rassismus und das offen anzusprechen, ohne diese Gruppe unter Generalverdacht zu stellen. Ich glaube, auch Saskia Eske meinte ja nicht, dass jeder Polizist jetzt auf einmal ein Rassist ist, sondern dass man sagt, ja, natürlich haben wir das Problem, das bekämpfen wir. Und je glaubwürdiger wir das oder je offener wir darüber sprechen, desto glaubwürdiger sind wir. Das ist meine Einstellung. Und Berlin macht es wirklich ganz gut, finde ich. Da Sie Ihre Parteivorsitzende ansprechen, noch mal nachgefragt, Ihre konkrete Idee, eine unabhängige Stelle zu schaffen, von der potenzieller Rassismus in der Polizei untersucht wird. Halten Sie das für sinnvoll? Ja, ich habe ja gesehen, dass ein paar Tage danach die Bundesregierung eben genau so einen Vorschlag gemacht hat in dem Kabinettsausschuss, den sie hatten, wo es auch um Rassismus ging. Also letztendlich sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Es ist immer diese aufgeregten Debatten, die wir immer haben. Mache ich manchmal auch, ja. Wenn irgendwas ist, kriege ich da auch sofort drauf und denke ich mir so, einmal durchatmen wäre echt ganz gut. Und wie gesagt, ich gehöre dazu. Und das war bei Sastja Esken auch so. Natürlich hätte ich jetzt ein bisschen anders formuliert, aber manchmal sagst du halt so Sachen und merkst im Nachhinein, ja, ich glaube, es war ein Fehler. Insgesamt hat sie ein Problem angesprochen. Ich sehe das Problem auch. Unser Innensenator sieht das auch und tritt da Maßnahmen und andere Landesminister, Innenminister auch. Also ja, die sind, glaube ich, da auch auf einem guten Weg insgesamt. Sie haben, das hatte in der Vorbereitung der Sendung, ist mir das aufgefallen, vor nicht allzu langer Zeit mal getweetet, dass wir, also wir als Gesellschaft, die dritte und vierte Generation der Migranten verloren hätten. Da mal nachgefragt, woran zeigt sich das für Sie? Und warum geht es der dritten und vierten Generation gerade anders als noch der ersten oder zweiten Generation? Ja, wissen Sie, ich gehöre der zweiten Generation an. Ich habe noch gekämpft, um es dazu zu gehören. Also ich habe sozusagen, als ich Deutsche wurde, war das der größte Tag meines Lebens, nicht nur, weil ich dann auf einmal reisen konnte und nicht mehr das Gefühl hatte, überall so Mauern und Grenzen und ich habe jetzt eine Rechtssicherheit, um ein Land zu bleiben, sondern auch, weil ich endlich Deutsche sein durfte, was ich vorher immer nur so, ich habe dann gesagt, ich bin Deutsche, auch als Teenagerin mit 14 und so und dann war ich Deutsche. Also ich habe gekämpft, Deutsche, darum gekämpft, Deutsche zu sein und habe mich als Deutsche bezeichnet, wenn mich Leute gefragt werden. Wenn ich heute die dritte, vierte Generation frage, zum Beispiel, ich mache das auch an meiner eigenen Familie immer fest, gebildete Nichten und Neffen, die studieren, da könnte man meinen, überhaupt gar kein Problem, natürlich, voll angekommen, wenn sie die fragen, würden die sagen, wir sind Palästinenser. Die würden überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, mehr zu sagen, sie sind Deutsche, und dann fragst du, ja, aber wieso? Dann sagst du, sagen sie, ey Sassan, ich kann mich 24 Stunden auf den Kopf stellen, am Ende gehöre ich doch eh nicht dazu. Also was soll das? Was lüge ich mich an und lüge die anderen an? Ich bin, was ich bin und ich habe keinen Bock mehr um dieses Spiel, das dazu zu gehören. Um das aufzugreifen, würden Sie denn dann sagen, aus Sicht derjenigen, die Sie gerade geschildert haben, Sie als Vertreterin der zweiten Generation haben sich angeloben oder haben diejenigen der dritten und vierten Generation so viel und auch mehr Rassismus erlebt, mehr Ablehnung, als Sie persönlich das gemacht haben, dass das aus deren Sicht schon wieder nachvollziehbar ist? Absolut. Ich würde das Zweite unterstreichen. Also ich habe, als junges Mädchen habe ich, oder als Teenagerin, als Kind habe ich gar nicht so viel mit Rassismus, war ich gar nicht so stark mit Rassismus konfrontiert, auch als Muslima nicht. Da war nicht 9-11, keiner konnte was damit anfangen. Ich habe nie darüber gesprochen, dass ich Muslima bin. Also auch in der Schule spielte das keine Rolle. Da spielte eher mein sozioökonomischer Hintergrund, dass wir wahnsinnig arm waren und ich in der Schule dann permanent irgendwelche Bescheinigungen vorzeigen musste, um irgendwie Materialien zu bekommen vom Sozialamt und so. Das war eher das Problem, dass die Lehrer dann irgendwie komisch reagiert haben. Aber ich wurde nicht rassistisch angegangen. Das ist heute für die dritte, vierte Generation, die permanent damit konfrontiert werden, mit ihrem Muslim sein, mit ihrem Migrationshintergrund, permanent in eine Ecke gestellt werden, stigmatisiert werden. Ich glaube, das ist viel schwieriger. Ich habe daran geglaubt, dazu zu gehören, erkenne jetzt, dass das irgendwie auch als Staatssekretärin scheinbar vielen ein Dorn im Auge ist und sie mir dieses Deutschsein permanent absprechen, bin aber entspannter. Die sagen sich dann, ich mache hier mein Ding, ich studiere, ich werde irgendwie was werden in diesem Land, aber muss mich nicht jetzt irgendwie verkrampfen, um Deutscher zu sein, wenn die das eh nicht wollen, die Mehrheitsgesellschaft. Ich habe da ein gewisses Verständnis, wobei ich sage dann den Leuten immer, weißt du, du machst es den Leuten dann auch zu stark, wenn du so argumentierst. Eigentlich müsste man souverän sagen, ich bin Deutscher, du kannst machen, was du willst. Ich bin Deutscher genauso wie du, aber es ist nicht so einfach. Ich hatte es angekündigt, in diesen Tagen wird nicht nur über Rassismus oder Gewalt, die von Polizisten ausgeht, gesprochen, sondern gerade in Stuttgart am vergangenen Wochenende wurden viele Beamtinnen und Beamten Opfer von Gewalt. Erschreckende Szenen haben wir dort gesehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Polizei dort spricht von einer nie dagewesenen Form von Gewalt, auch gegen die Polizei. Wie haben Sie diese Bilder erlebt und was sagen Sie zu denen, die so gegenüber nicht nur Geschäften, sondern auch Männern und Frauen in Uniform vorgehen? Ja, absolut widerlich. Und das geht nicht. Und natürlich muss der Rechtsstaat da durchgreifen. Ich glaube, man muss mehrere Sachen bedenken. Es ist nicht das erste Mal, dass wir Rendale erleben. Ich finde, wir erleben seit einer geraumen Zeit eine Verrohrung, eine Enthemmung der Sprache, der Taten. So rote Linien werden permanent überschritten. Und das war jetzt ganz klar eine rote Linie, die überschritten wird. Wir sehen auch und Studien belegen das. Die Respektlosigkeit gegenüber politischen Institutionen, gegenüber Feuerwehr zum Beispiel, die auch angegriffen wird, gegenüber der Polizei, gegenüber Journalisten, Politikern. Also da ist in den letzten Jahren tatsächlich was passiert, was nicht gut ist und was für die Gesellschaft wahnsinnig gefährlich ist, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und das ist natürlich so für die Hetzer und für die rechte Community ist das gefundenes Fraß, um weiter zu hetzen. Was ich aber ablehne, ist zu sagen, weil es das gegeben hat, diskutieren wir jetzt nicht mehr über Rassismus bei der Polizei, weil das hat ja quasi, das triggert ja diese Leute. Das ist natürlich absurd. Andersrum wird ein Schuh draus. Je konsequenter wir darüber sprechen und auch ganz offen, auch finde ich, in der linken, wenn man das so bezeichnen will, in der POC-Community, dass man das ganz klar ablehnt, ohne so ein Fass draus zu machen, ohne zu sagen, ja, aber es gibt auch Rassismus. Ich glaube, das wäre total wichtig, dass beide Seiten das nicht miteinander vermengen. Wir haben eine steigende Anzahl von Gewalt gegenüber Polizei, aber auch gegenüber politischen, also diese Respektlosigkeit, das, was ich meine. Und dagegen muss man angehen. Ja, Sie haben es selbst gesagt, Verrohung der Sprache hat zugenommen. Und wann immer es um Vertreter der AfD und Anschläge auf Migrantinnen und Migranten in Deutschland geht, dann machen Menschen wie ich, aber viele andere auch aus meiner Sicht zu Recht den Zusammenhang auf, hier wurde rhetorisch gezündelt, hier verrohte die Sprache. Und das zieht in der Konsequenz möglicherweise auch Taten nach sich. Muss man da nicht genauso konsequent sein, wenn jetzt in diesen Tagen über eine sehr verunglückte Kolumne in der Taz von einer Autorin auch mit Migrationshintergrund gesprochen wird, die zwar in einem Gedankenspiel, aber letztlich Polizisten mit Leuten vergleicht, die sich auf den Müll am wohlsten fühlen, weil sie dorthin gehören. Muss man quasi als fortschrittlich denkender, aufgeklärter, auch Linker nicht sagen, das fällt in dieselbe Kategorie und ist deshalb genauso brandgefährlich gesellschaftlich? Ich gehöre ja zu denjenigen, die das alles nicht so witzig finden. Also ich fand auch zum Beispiel den Kinderchor mit den Omas, fand ich jetzt auch nicht so witzig, weil ich mir denke, warum müssen wir sprachlich so aufrüsten alle miteinander? Ich glaube, das führt nicht weiter. Was ich aber auch gefährlich finde, ist das, was jetzt mit der Journalistin passiert. Ich meine, ich glaube, es ist ein legitimes Stilmittel, was sie gewählt hat. Nicht meins, nicht ihres. Ich würde so nicht schreiben, aber das ist Geschmackssache. Darüber kann man sich streiten. Ich finde, wir müssen garantieren, dass sie sicher ist, dass sie nicht angegriffen wird, dass sie nicht den Hetzern sozusagen zum, wie sagt man, zum Praß vorgeworfen. Vorgeworfen wird, das ist total wichtig, dass sie unsere volle Solidarität hat. Ich glaube, das ist auch in so einem Diskurs ganz wichtig, dass wir hier nicht vermengen und sagen, okay, jetzt hat sie da so eine Kolumne geschrieben, die ich geschmacklos finde. Und deswegen ist das ein qualitativ, das Gleiche, was wir auf der rechten Seite erleben. Nein, ist es nicht. Es ist deutlich nicht das Gleiche. Und ich würde es auch nie miteinander vergleichen. Ich würde es auch nie mit der Enttämmung der Sprache in dem Sinne vergleichen, weil sie letztendlich das, was die anderen machen, ist, rote Linien zu überschreiten, um am Ende zum Beispiel mir, meine Zugehörigkeit zu nehmen, also mich zu entmenschlichen, um dann am Ende ein anderes System aufzubauen. Das ist das, was sie gemacht hat, ist Kunst. Das ist nochmal was ganz anderes. Die anderen meinen das total ernst. Und am Ende ist der Weg zum Wort, zu der Tat, wie wir bei Walter Lübcke gesehen haben, jetzt auch nicht so weit. Und das sehe ich bei ihr nicht so. Ganz egal, wie geschmacklos man diese Kolumne fand, besonders drüber war erneut Bundesinnenminister Horst Seehofer, der zumindest gestern noch davon überzeugt war, juristisch dagegen vorzugehen. Nun ist es jedem Polizisten persönlich unbenommen, juristisch gegen etwas vorzugehen, was ihm nicht passt, was man vielleicht auch als beleidigend findet. Wenn es allerdings ein Bundesinnenminister mit der ganzen Kraft und Power dieses Amtes macht, hat das natürlich schon was Einschüchterndes. Und da fragt man sich, ob er quasi die Pressefreiheit tatsächlich so tief in seinem Inneren akzeptiert hat. Ja, No-Go, was er gemacht hat. Und wir sehen ja auch, dass es so leicht scheinbar nicht ist. Also das war so ein Schnellschuss, wie wir ihn bei ihm häufig sehen und kennen und rudert dann immer wieder zurück. Deswegen ist jetzt Seehofer kein Rassist für mich oder kein Nicht-Demokrat. Aber einfach, das ist das, was ich sage, wenn Politik auch nicht Verantwortung übernimmt für das, was sie sagen und machen und tun und dann mit dazu beitragen, dass Gesellschaft auseinanderdriftet und damit auch zündeln und Nährstoff bieten für das, was wir erleben. Wir hatten uns auf eine gute halbe Stunde Gespräch verabredet, Frau Zschäplig. Am Ende habe ich jetzt nur noch eine sehr beliebte Rubrik hier für Sie im Angebot. Die sinnvollen, möglichst sinnvollen Satzergänzungen oder wie wir hier in der Redaktion sagen, die sauren Drops. Ich beginne ein paar Sätze und Sie müssen sie ganz einfach fortführen. Der Erste ist furchtbar leicht. Wenn ich jetzt Philipp Amthor wäre, würde ich alle Ämter abgeben und mit Würde sozusagen aus dieser ganzen Affäre mich zurückziehen? Bei meinem letzten Gespräch mit meinem Berliner SPD-Parteikollegen Tido Sarrazin ging es um? Er hat mich in seinem Buch erwähnt und sagte, ich wäre eine der Sozialdemokratinnen, die den Islamismus in der SPD forcieren. Ich weiß nicht, ich habe das Wording nicht mehr da und darüber haben wir uns unterhalten. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich das zum Kotzen finde, wie er da schreibt. Und ich auch nicht denke, dass er zur SPD gehört und für einen Aufschluss bin. Und da hatten wir einen sehr interessanten Austausch. Wenn ich Berliner Innensenatorin wäre, würde ich das Treiben der libanesischen Clans einschränken, indem ich... Ich würde es genauso machen, wie Andreas Geisel das macht. Der Innensenator macht es echt gut, er macht es mit Konsequenz. Und ich glaube, da ist auch in den letzten Monaten ziemlich viel passiert in Berlin. Und dieses Berlin-Bashing und das Gucken auf die Clans, da ist jemand, der durchgreift. Ich finde es gut, ich würde es so machen, wie er... Wenn ich mal richtig krass sauer bin, dann? Dann sollte es keine Kamera geben. Das Mäßigungsgebot für öffentliche Aussagen von Beamten halte ich für... Richtig. Wenn ich ein einziges soziales Netzwerk auf einer einzelnen Insel mitnehmen würde, wäre das? Nee, ich weiß nicht, ob ich irgendeins mitnehmen würde. Aber wenn Sie fragen, also es ist Tilta, es ist ja das einzige soziale Netzwerk, das ich nutze. Ich habe als Mitglied der Berliner SPD bessere Chancen auf ein Bundestagsmandat bei der nächsten Wahl als Kevin Kühnert oder Björn Böning. Weil... Ich hoffe, dass die besten Köpfe der Berliner SPD in den Bundestag kommen und dazu gehört auf jeden Fall Kevin Kühnert. Kevin Kühnert gehört dazu. Werden Sie denn auch dazu gehören? Ich habe immer gesagt, ich bin in die Politik gegangen, um zu verändern und ich würde mir wünschen, dass ich weiter diesen Weg gehen kann und weiter gestalten kann. Und ob das im Bundestag ist, woanders, aber auf jeden Fall in der einer Position bin, wo ich Politik tatsächlich machen kann und schauen wir mal, was die nächsten Monate so mit sich bringen. Haben Sie denn das leise Gefühl, dass man im Bundestag eventuell noch mehr verändern oder verbessern kann als Staatssekretärin im Berliner Senat? Ich habe ziemlich viel aus meiner Funktion gemacht als Staatssekretärin und man kann auch gestalten als Staatssekretärin. Das ist gut. Ich bin total glücklich. Und ich finde, aber trotzdem ist es wichtig sozusagen, ich habe immer gelernt, du bist in einer bestimmten Phase deines Lebens, in einer bestimmten Position und dann muss man sich umschauen und gucken, wie man die nächste Stufe geht, um dann noch mehr zu erreichen. Ich bin bei der Vorbereitung auf unser Gespräch auf ein Zitat von Ihnen gestoßen und da schließt sich auch der Kreis zum Hauptthema unseres Gesprächs. Da sagten sie, wenn du in der Politik weiterkommen willst, in den Bundestag willst, musst du aufhören, ständig über Rassismus und Antisemitismus zu sprechen. Sorry, liebe Mehrheitsgesellschaft, dass ich euch störe, wäre der es weiter tun. Meine Frage jetzt zum Abschluss, von wem bekommen Sie denn solche Hinweise, dass du damit aufhören musst, ständig darüber zu sprechen? Und ist der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus nicht längst in der Mehrheitsgesellschaft verankert? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele mir das sagen, die mich beraten. Die es gut meinen. Die sagen dann, du brauchst ein anderes Profil, Rassismus zieht überhaupt nicht, die Mehrheitsgesellschaft interessiert sich überhaupt nicht dafür und Antisemitismus auch nicht. Jetzt haben wir verstanden, dass du gegen Antisemitismus kämpfst, aber du musst dich auf irgendwie andere Themen konzentrieren, so innere Sicherheit oder keine Ahnung was und dann wirst du gewählt. Und außerdem nervst du die Leute permanent, wenn du permanent in die Wunde und sagst, ihr seid alle blöd, ihr seid Rassisten, es gibt Rassismus. Und keiner will hören, dass er doof ist, ja? Das ist ja irgendwie auch menschlich, damit konfrontiert zu werden, dass du Schwächen hast. Und ich tue das permanent, aber ich höre deswegen auch nicht auf. Das wäre nicht glaubwürdig. Frau Schäble, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Genießen Sie noch den Rest dieses heiteren Sommerabends. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss. Tschüss und danke. Tschüss. 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 йtiin tim rollm Tschüss. Tschüss.